Wir wählen unsere Dozierenden nach verschiedensten Kriterien aus. Es ist natürlich wichtig, dass sie eine gute Expertise mitbringen auf dem Fachbereich, wo sie dann unterrichtet. Das heisst, sie müssen dort ein gutes Know-how mitbringen, eine Ausbildung mitbringen, je nachdem aber auch berufliche Erfahrung, wenn möglich mehrjährige. Unsere Dozierenden stehen auch sonst im Berufsleben. Das heisst, sie sind in aller Regel nebenamtlich tätig als Dozierende. Das gewährleistet für uns, dass sie einen aktuellen Praxisbezug haben und von daher können auch auf die konkreten Fragestellungen, die die Studierenden in ihrem Berufsalltag haben, auch eingehen können, schon während dem Unterricht. Das heisst, sie können den Studierenden Theorie vermitteln, schaffen es aber auch aktuell, gerade immer wieder auch den Praxisbezug herzustellen, die Fragen aufzugreifen, zu diskutieren mit den Studierenden, so dass gewährleistet ist, dass die Studierenden das auch direkt in ihrem beruflichen Alltag umsetzen können. Nebst dem fachlichen Know-how, den die Dozierenden mitbringen, ist es uns auch wichtig, dass sie pädagogisch und didaktisch gut ausgebildet sind. Das heisst, dass sie ihr Wissen auch gut vermitteln können. Und von dem her, dass es eben ebenamtlich ist, machen sie das in aller Regel mit sehr viel Engagement und Freude, was sich wiederum bei den Studierenden niederschlägt. Die können sich dann eben auch sehr gut begeistern für die Fächer. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020